moin leute herzlich willkommen zu einer neuen folge fort mit dem mich 1 mein großer freunde es gibt noch eine e2 folge da da war ich dann noch ordentlich längst sie schafft das ordentlich zu fahren ich werde dann auch alle kam ein was da ist längst sie schafft das markier ich muss markieren hier muss werden in die city wenn es euch gefällt diese format wenn ich mit mich weitere folgen von fronten ein machen soll und sollen dann lasst wie vielleicht keine ahnung fangen wir mit leiden an zehn likes das kann meine zuschauer wahrscheinlich und denken was damit gemeint ist mit gurke wo landest du naja gerade zahlen oben landst du jedenfalls nicht markiert das was kommt jemand achtung das machst du was hat er keine ahnung an der fülle da haben kann ich meine und danach haben da haben wir schon wieder zwei kürz ein sniper macht dich wohnen aber habe ich schon haben fast ein fässchen sehr lustig war schießt du schon wieder auf die gegner junge die eines durch das mittelbein durchgegangen kaum munitionen ja die fast tot ist fast schade hast du die ich habe ihn aber noch einer jetzt nicht aufmerksam sein dürfen reingert sind heißt oft ruhe runter kommen um das maul sein dabei ich hab die wir haben beide eine krone das für puls ist sogar zwei gegen ein ich renne auch leicht dahin habe ich gut gesammelt die werden wir bald wieder verlieren wahrscheinlich ich renne zu denen kommst du dann die sniper kein sniper kein experte aber ich habe sie getroffen hinten gibt's krieg lass ihn helfen er auch tot da ist noch einer drüben warte ich lasse ihn mal eine chance treffen zu lassen als ihn mal nix da ja der ehren kein hast du beim munition also die roter jetzt schwierig aus naja ich habe keine 100 pussys danke ich habe seitlich eine gefunden habe ich die gut hops genommen als wir beide ja jemand ist verreicht ich habe sie kürzt freudig ist mein wort meine beste freundin werden worauf schießt sie schon wieder auf dich weil ich die schön finde da kommt einer ja der ist nach oben im auto was denn du hochkommt ich bin doch nicht geschossen und ich habe ihn warum ich kann es nur für die mit dem büllo skin da da ist schon wieder irgendwer bist du da ne wir gehen nach unten 155 kann nix machen ja jetzt hast du tot ich habe mich gut getroffen ja micha komm mal her finder dir ja kriegst auch was herzlichen dank ach so da kommst du eh nicht rein muss ich dich mitschieben wenn du hast mir so einen schaden näher machen schaden nä bei dir nicht die fuße auch einen schaden nä oder nach festen mensch komm wir müssen weiter bleib mal kurz stehen man jetzt jetzt genau wie lustig kommt zu papa hat hat einmal kurz geschossen da hinten übrigens ich lasse mich doch mal los mit dem pümpel der sieht total scheiße aus mach langsam okay ja du du gehst durch spritze die ganze zeit voraus oh ja spritzen sprint ist habe ich gesagt junge ich habe die sniper hier eben da ist er besser auf dem boden da ist eine lila ne scharfschützengewehr auf dem boden na da nicht die knarre das da hinten schießt da ich ich habe nur was machen sagt das gleiche was eine bessere schön wenn sie fahren da stehen du pussy oh scheiße kommt bitte 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 ja kann sie mich erst mal heilen wird noch den boden oder was immer noch auf dem boden wenn wir holen jetzt ein win dann haben wir jetzt die erste krone also ich habe meine krone ja ich auch aber ich meinte wenn wir noch mal dann geht es richtig ja sieht man doch jetzt habe ich dir drei gegeben klasse ich muss dir welche zurückgeben ja mache ich auch du musst dich auch dann heilen ja oh krass auch schon war auch noch ein kit ja ich weiß muss erst mich heilen bin wichtiger hast deine zwei bitteschön bei mir ist was gewachsen das denn schon wieder na weißt du doch machst du das hinten sind zwei ja ja kann nichts machen kein visier ich muss ein anderer lappen lappen warte warte lass ich meine chance nächste ich lass dir noch ein spielchen hier mensch ist doch kein spielchen hier doch nee doch knäck ich dir eine chance ja ich meine dir einen kill von den ganzen 12.000 da die du gemacht hast du angeber wenn ich einmal warm bin bin ich halt eben warm also dein scharfsschützen gewähr will ich doch gar nicht haben was den schraubt ganz der walden ja medical kann ich mal treffen du soll lernen machen musste ja hallo ich krieg die gegner nein weißt du wofür du kannst du mal dein ding hier auffüllen diesen fässer ja er wird geschossen wir haben wurden schon entdeckt ja ich weiß hey wo ist meine papphuni hast du geklaut lasst du ruhig mal ne ich jetzt ich renne hin ich renne hin haut doch schon wieder ab der idiot ich habe ihn angeben ja ja klar ja ja leck mich am ort ich lade erstmal mein schild habe ich schon die ganze zeit meister ja du bräuchte es dringend eigentlich war ja weißt du was du hast meine papphuni dafür kriegst du das hier ach und hier nimm die hier ist auch einer ach schade einmal zu früh gefreut wir beide fast gleichzeitig wenn wir jetzt gewinnen fresse ich den besten sind nur 10 also 87 hat sie gerade geändert deswegen also ich wir könnten dann ab haben falls wirklich krieg geben sollte wohin ich habe mir ein auto motorrad zum fahren also das war eine echt dumme frau wir sind die zone gleich ich weiß die zone kann mich mal aus was machst du das schon wieder von radau haus abbauen wie ist eine kiste irgendwo deshalb will ich ja das haus abbauen es ist mir mal mit und die ganze bude zerlegen ja ne musst du nicht da kommen wir doch schneller voran hier oben ist doch scheiße man du denkst nur immer an der truhe als stadt ey du bist echt so schlimm ey wenn du verrechts lach ich dich aus die ganze bude abgebaut hast habe ich schon die ganze kiste geludelt nein außen kommt die dings gleich hinter uns ne ja dann ich gehe jetzt zeit dafür für den quatsch ja ist noch ein bisschen zeit ne 10 sekunden warte ich weiß ob man nicht gehe ja und die zone ist relativ nah schon ja wohin gehst du denn ist die falsche Richtung du laufst in die zone gegen die zone du musst nach unten ach so soll ich einsetzen dass wir hier fliegen können oder sparen wir können auch laufen die paar meter die paar männer meine gurke wird steif ich habe elf kills könnt ihr mich verhorchen angebe und hinten gibt es wieder kriegt noch mehr kill ich schieße von oben kann nichts sehen ich sehe nicht mal einen gegner und tot ist er ah ne nicht wo sie dann gerade machst du ... wo ist die land gerade ich hab sie gesehen oder wo oben gab es krieg nur abhauen da oben war an der Seilwinde noch zwei ah hast du du na schade ich muss mit meiner familie ja vermisst du mich mich ja also nicht weitermachen oder was also wenn ich wieder darf dann können wir ja machen aber du kannst ja erstmal paul wieder spielen gehen wir essen essen aber hast du spiel an so lange ja ja wie lange das dauern soll bei dir äh puh maximal schätze ich mal 30 min schätze ich mal schätze ich mal also dann brauche ich ungefähr zum essen ich kann es mir ja schreiben ich bin ja kontakt erreichbar gib Toast was soll ich dir großartig sagen na ich meinte du solltest dann schreiben wenn du wieder da bist wieder am PC ja 19 Uhr denke ich was 19 Uhr denke ich ok kannst du mir ja dann nochmal schreiben ja wenn du es liest na ich lese ich lese ich lese ja ich lese es ich hab mein Handy mit du Ronny da hatte ich auch kein Handy mit aber jetzt nehme ich ein Handy mit ja dann mach dann mal bis dann Ami darf ich weiter zocken warte mal kurz ich mach mein Info fertig Leute das war es jetzt mit dieser Folge wir haben fast eine Krone geschafft also dann hätten wir richtig einen epischen Sieg aber egal vielleicht schaffen wir es heute diesmal nächstes Mal wenn es euch gefallen hat lasst ein Like und ein Abo da sehen wir uns beim nächsten Mal tschüss bye bye und adi tschüss 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 eures im nächsten Mal hier noch nach 15 tschüss tschüss